Lange angekündigt, doch jetzt gibt es die versprochene Roomtour. Ich werde euch mein Arbeitszimmer zeigen und meine Kopfbaustation bzw. ein Teil in meiner Küche. Los geht's! Hier sind wir mal in meiner Kopfbauecke, in meiner Küche, damit man das Ganze mal so im Überblick sieht. Ich habe mir Regalbretter geholt und habe die an die Wand gehangen. Und ja, so sieht das Ganze denn aus, wenn man das denn so sieht. Und zwar hängen da einfach die Bretter und vorher stand immer der Tabak hier unten. Hier auf der linken Seite, fangen wir einfach mal an, habe ich verschiedene HMDs zu stehen. Kalauts, Alu-HMDs, also verschiedene HMDs, einen Steckbull-Adapter, das X-Bull-Auf-System. Dann stehen hier noch ein paar Kartons von ein paar HMDs und hier denn die Sorten. Immer schön so halbwegs sortiert. Die Eisbombdose da oben zum Beispiel hatte ich keinen Platz mehr. Hier alles zum Beispiel an Darkblend. Hier auch noch sehr viel Darkblend. Auf dieser Seite dann Aquamenta, Adaya-Gruppe und hier oben dann noch so Revoschi, ein paar Blaze-Sorten und ja, ein bisschen Mastiff. Ganz oben da drüber, man sieht da ein paar Schätze, die ich habe zum Beispiel weiß und schwarzer Oblaco, Huka Klapschau Oblaco, den Pikachu-Funnel. Hier ist eine Zange von Lira mit meinem Gesicht drauf, mit meinem Namen, Pandabol und einen Mund, den ich doppelt habe. Ja, da oben diese wunderschöne Verpackung von der F, als wir damals in Dubai waren. Auch sehr, sehr schön. Wenn wir dann einmal nach unten gehen, haben wir hier denn die Köpfe so im Groben und Ganzen. Das sind nicht alle Köpfe, die ich habe, aber auf jeden Fall eine große Auswahl. Und ja, das ist dann so meine Kopfbautheke, kann man sagen, in meiner Küche. Eine Stelle, die ich besonders schön finde, ist diese. Und zwar habe ich hier einfach nur Küchenschränke, weil es halt eine verlängerte Küche ist. Und hier ist alles reinsortiert, was Sleeves anbelangt, was Dichtungen anbelangt. Also Sleeves, Mundstücke sind hier drin für verschiedenste Pfeifen, Mose, Aladin, etc. Hier nochmal genau dasselbe. Sleeves, dann sind hier verschiedene Hygienemundstücke drin, zum Beispiel von Schmitti, Mainz, von der Shisha-Messe, Simulation-Zubehör, dies und das und tralala. Und hier bin ich besonders stolz drauf, die Idee kam von meiner Mom, sich so eine Boxen hier reinzulegen. Denn hat man hier die Kopfdichtungen, Schlauchfedern, Simulation, Steckbohr-Adapter, verschiedene Schliff-Adapter. Hier sind diese Mose-Adapter, diese neuen, schön. Hatte meine Mutter wirklich eine super Idee gehabt, das hier mal in den Schränken so richtig schön zu sortieren. Genau, das ist halt einfach nur zum Lagern. Wie wir auch hier sehen, hier sind einfach nur noch mehr Köpfe drin, hier sind noch mehr Dosen drin. Nichts weiter, also für nichts weiteres ist in dem Sinne, sind die Schränke da. Da ist auch nochmal einiges an Stuff. Ja, einiges. Alexa, Shisha-LED an. Neben meiner Kopfbohrstation ist denn dieses schöne Schild hingewandert. Das schöne Shisha-LED-Schild, welches man aus dem Livestream kennt. Und hier haben wir dann einige Pfeifen zu stehen. Ganz viele Pfeifen. Hier auf dem Schrank sind auch einige Pfeifen und hier ist auch einiges reinsortiert. Hier haben wir auch nochmal Zubehör wie Mose-Unterlagen. Hier sind meine ganzen Schläuche drin, alles was ich an Schläuchen habe. Hier ist alles drin, alles was mit Mundstücke zu tun hat. Also, ja, sehr viele Mundstücke hier drin. Und hier war auch nochmal so ein bisschen Zubehör, auch nochmal ein paar Gläser. Hat sich einiges an Stuff angesammelt. Und ich habe mein altes Wohnzimmerregal behalten und das ist weiterhin ein Platz für Pfeifen und Bulls geblieben. Da stehen dann alle Handpfeifen drauf, alle Handbulls. Die sind weiterhin hier oben drauf. Ich weiß gar nicht, wie viele Pfeifen ich an der Zahl habe. Einige, aber ja, die müssen ja irgendwo alle ihren Platz finden und das ist weiterhin geblieben. Und jetzt betreten wir mein Arbeitszimmer. Und zwar mein Arbeitszimmer, das ist in dem Sinne der Streamplatz von einer anderen Seite. Normalerweise steht ja die Kamera dort, da ungefähr wo die Pfeife steht und zeigt in diese Richtung. Und das ist das in dem Sinne von der Tür aus, wie es von der Tür aussieht. Und das werden wir jetzt mal alles durchgehen. Erstmal hier komplett einmal eine komplette Holzwand. Das ist wirklich Holz, Freunde. Das ist kein, weiß ich, wird man jetzt nicht hören durchs Mikrofon. Aber das ist wirklich Holz. Die komplette Decke ausgekleidet mit so einen Akustik-Schaumstoffplatten. Viele sagen immer, an der Decke bringt es gar nichts. Man soll es immer in die Richtung machen, in die man spricht. Aber ich finde tatsächlich, man merkt es so ein bisschen an der Decke, dass sich hier auf jeden Fall sehr was vom Heil getan hat. Also ich weiß noch, wie die Wohnung im Rotzustand war und wo denn nur Tapete dran hingen. Aber da hat sich definitiv was getan. Erstmal hier an dem Schrank. Das ist einmal ein Ikea-Schrank. Ich glaube, so ein bester. Ich kann die Schubfächer gar nicht empfehlen, da die wirklich nur haken. Aber das werdet ihr gleich noch sehen. Hier steht dann immer die Pfeife auf diesem wunderschönen Mose-Untersetzer, wo jetzt hier diese kleine, ich sag mal, Maus liegt. Das ist aber einfach nur ein Windschutz für die Kamera. Ich habe überlegt, ob ich damit filme. Aber genau, so sieht das mit dem Schrank aus. Komplettchen mit so einem Goovy-LED-Dings lang gemacht. Und genau, das strahlt dann so gegen die Wand. Ich bin tatsächlich am Überlegen, von da oben an die Holzdinger noch so eine Strahlung zu machen, dass die so nach unten strahlen. Aber genau. Hier haben wir dann auch nochmal so ein paar Mose-Matten. Die liegen einfach nur da. Hier stelle ich immer alles hin, bevor wir im Stream gehen oder im Stream sind. Wenn ihr euch zum Beispiel hier Tabak hinstellt, den wir vorbereiten, in diesen Schrankfächern. Oberen kann ich euch leider nicht zeigen, weil da sind Akten drin. Die Tür daneben ist schon interessanter. Da haben wir einmal oben den damaligen LED-Untersetzer, falls ihr den noch kennt, der so schön hochstrahlt. Mein Drucker. Und da unten ist alles, was mit Kabeln zu tun hat. Alles sowas so mit, ja, ich kann es ja mal vielleicht ein bisschen heller machen. Sieht man alles so kabelgedöhnt. Aufladestationen für alles in dem Sinne. Noch eine Tür weiter haben wir dann einfach nur Bürokram in dem Sinne. So ein bisschen Kram, Stifte, dies, das. Und das Fach da drunter, das ist das am E-Kab... Hier. Das geht nie auf. Ich muss immer hier hinten dran ziehen. Also ich verstehe es nicht. Hier haben wir dann so Kamerakram drin. Wie zum Beispiel Objektive, kleine Stative. Genau, das haben wir halt einfach nur hier unten drin. Hier dann nochmal eine Alfa-Dose mit meinem Namen drauf. Das Ganze wunderschön beleuchtet. Und wenn wir uns einmal rumdrehen, haben wir hier, auf was ich am meisten stolz bin, das ist mein 100.000-Button. Wunderschönes Ding. Danke, dass wir das erreicht haben. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Wenn wir uns einmal weiterdrehen, sehen wir dann einmal meinen Rechner. Drei Bildschirme, da oben habe ich immer so Donations zu stehen. Das Stream-Programm und alles, was so im Hintergrund hinter einem Stream läuft. Auf dem Bildschirm schauen wir uns meist Reactions und so ein Kram an. Darunter steht dann meine LaMetric. Kann ich auch mal verlinken. Ich frage immer so viele, wie die Uhr heißt. Im Endeffekt ist es dann allen zu teuer. Also die kostet 140 Euro oder so. Da liegt noch ein bisschen Kleingeld. Das habe ich mal rausgekramt. Das werde ich irgendwann mal ins Parkhaus reinschmeißen. Und auf der Seite ist dann mein Hauptbildschirm. Das ist dann so ein krasser 4K-Bildschirm mit 144 Hertz und dies und das. Schweine Geld gekostet. Sonst habe ich nur normale 60 Hertz Monitore. Darunter dann mein Soundsystem von Logitech. Mein Astro-Headset. Da hinten ist dann die Stream-Kamera. Hier steht gerade eine Pfeife parat. Und hier drüben nochmal so ein kleiner Aktenschrank. Subwoofer. Und auf der Seite einfach nur mein Rechner. Ignoriert den Kabelscheiß. Aber auf jeden Fall das Herzstück der Herzstücke. Mein PC. Nicht heftig mit LED und so. Weil im Endeffekt bringt es eh nicht. Aber es ist eine 3080 drin. Ein FX Ryzen. Oder so ein FX. Ne. Ein Ryzen 9. 3950. Eine 3080. 64 GB RAM. Irgendein krasses Asus-Bord für oder MSI-Bord für 300 Euro. Irgend so ein krasses. Also es ist schon ein krasses Ding. Der Rechner braucht man auch für Videos. Und ab und zu mal ein bisschen zocken. Auf der anderen Seite haben wir dann nochmal so ein paar Akustik-Schallplatten. Die habe ich einfach irgendwie rangeklebt. Ich wusste nicht. Da ist kein Muster hinter. Ich habe die einfach rangeklebt. Dann gehen wir hier einmal weiter. Da haben wir dann auf der Seite einmal meinen Luftreiniger. Ob es was bringt oder nicht mit Shisha. Ich weiß es auch nicht. Ich finde ein bisschen tut sich was. Dass er das so ein bisschen durchwirbelt. Die Luft. Das ist ganz cool. So steht nicht der Rauch drin. Aber Fenster aufbringt natürlich immer noch am meisten. Dann haben wir hier nochmal so ein bisschen Kamerastuff. Und nochmal Akustik-Schallplatten. Ich muss den Luftreiniger mal kurz ausmachen. Weil der bläst ja glaube ich ins Mic. Genau. Dann haben wir hier nochmal so ein bisschen Kamerastuff. Für die GoPro. Hier liegt noch eine Legrea, eine Bowl. Ist jetzt alles mal nicht aufgeräumt. Damit ihr so seht mal den Zustand, wie es sonst aussieht. Hier haben wir Akustikplatten nochmal. Da oben, wie gesagt, das an der Decke zieht sich halt komplett einmal durch. Dann haben wir hier noch so ein paar Pfeifen. Dann haben wir den Karton für meinen Saugroboter. Dann haben wir hier so einen, na sag schon, einen Slider für eine Kamera haben wir da noch zu stehen. Und dann auf der anderen Seite, in dem Sinne, wieder ein Herzstück, der Aufnahmeplatz. Das ist in dem Sinne der Aufnahmeplatz. Ich bin aber noch nicht zufrieden. Deswegen habe ich die ganze Zeit dieses Video vor mir hergeschoben, weil ich das noch ändern will. Ich will entweder, also die Wand ist aktuell grau, aber Raufaser. Und dieses Raufaser siehst du in den Videos. Ich überlege da oben, so eine Dinger anzumachen, die du runterziehst. Also so eine, wie sagt man, wie in einem Fotostudio, so ein Karton, bin ich am Überlegen. Aber die Wand ist zwei Meter breit. Und entweder gibt es die in 1,50 oder in 2,50. Und 2,50 passt das nicht. Es ist von dem, von dem Vorhang, zu dem Vorhang kann ich auch noch gleich zu sprechen kommen, bis zu dem Heizungsrohr sind zwei Meter. Es ist irgendwie ein Problem. Aber gut, vielleicht hatte ich auch schon überlegt, die Tapeten runter und halt vielleicht einfach nur einen Putz dran. Ich weiß es noch nicht, wie ich es mache. Oben übrigens eine Lampe, die ich aus dem Domäne habe. Die ist eigentlich so gut wie nie an, weil ich einfach, ja, auch andere, also ich habe ja meine Softboxen und so. Aber oben dann noch so eine Domäne-Lampe. Die kann auch LED und ach, keine Ahnung und mit Alexa und all so ein Schnulli. Warum hängt denn in der Mitte ein Vorhang, werden sich einige fragen. Warum hängt hier ein Vorhang? Einfach nur, wenn du den zumachst, hast du erstens auf der Seite noch mehr Akustik, also auf der PC-Seite. Beziehungsweise ist es halt einfach nur wie so ein Raumtrenner gedacht. Und dass man im Hintergrund, hinter dem Rechner, wenn ich dann eine Story mache oder was zeige, dass man hier einfach komplett immer bis hier rüber schaut, weil auf der Seite steht der Rechner, auf der Seite ist die Aufnahmeseite und es fungiert so als Raumtrenner. Also Akustik, Raumtrenner und, ja, und zweiter Fact, man sieht halt unten die Kabel nicht, ne? Das ist halt auch das Gute, weil, wollen wir mal einen Blick dahinter werfen. Das sieht halt nicht so geil aus. Ich muss das irgendwann mal richtig machen. Ich habe es bisher noch nicht gemacht. Ansonsten hier nochmal eine LED fürs Video. Hier unten eine LED, damit die Wand bestrahlt wird. Und da hinten am Heizungsrohr auch nochmal LED. Oh, jetzt ist aber sehr hier im Video. An der Stelle war es das schon mit der Roomtour. Ich weiß nicht, was ich euch noch zeigen kann. Klar, ich kann euch den Rest der Wohnung zeigen, aber das ist irgendwo, sag ich mal, zum Teil Privatsphäre. Vielleicht sieht man mal was in der Story vom Rest der Wohnung. Aber so im Grunde geht es ja um diesen Raum, beziehungsweise um den Teil, der in meiner Küche ist. Und ja, ein großer Dank geht da auf jeden Fall raus. Und mein Dad, der hat mit mir das hier alles gemacht in dieser Wohnung. Alles tapeziert, gemalert, gespachtelt und alles drum und dran. Also alles hier gemacht. Es war auf jeden Fall eine Heidenarbeit innerhalb von anderthalb Wochen. Und dann natürlich noch der Umzug dazu. Und ja, ich bin, wie gesagt, am überlegen, was ich da drüben noch mache. Auf der Videoansichtseite, wie ich das am besten mache. Ansonsten, die Seite, finde ich, ist richtig heftig geworden. Das mit dem Holz und so. Ich liebe diese Stream-Ansicht. Ich liebe es einfach. Und ja, warum ist das alles so dunkel? Da werdet ihr euch fragen, ey, warum hast du einen schwarzen vorn genommen? Die Decke komplett schwarz und auch eine Holzwand, die schwarz ist. Einfach aus dem Grund, ich mag schwarz. Also ich mag halt einfach, wenn es dunkel ist. Weil viele werden auch sagen, oder meine Mama meinte, boah, das wird alles immer so drückend sein. Nö, gar nicht. Schall ist hier, Akustik ist hier die absolute Eins-Plus drin. Ich habe mal eine Nachbarin gefragt. Die sagt, haben sie mich mal nachts gehört? Und so sagt sie, nö, nie. Also hört man mich nie streamen. Das ist eigentlich, so muss es wirklich sein. So muss es sein, ja. Und ansonsten war es das an dieser Stelle. Ein paar wichtige Sachen oder vielleicht die einige, die für interessant sein kann, verlinke ich mal in der Beschreibung. Und ja, ansonsten war es das von der Roomtour an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Endlich die versprochene Roomtour. Eigentlich sollte sie, ich habe immer gesagt, im Dezember schaffe ich sie nicht. Im Januar steht aber sehr, sehr fest. Und jetzt haben wir Ende Februar, beziehungsweise Anfang März. Ja, gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Wir sehen uns bis dahin. Bis zum nächsten Video.